Hat Ihre Mutter nach dem Tod ihres Vaters wieder geheiratet? Ja, 1949, diesen Ruderkameraden meines Vaters. Insofern war das sehr schön. Der zweite Vater kannte den ersten. Und ich will es gerne mal erzählen, weil die Eltern von ihm gesagt haben, bist du verrückt, eine Frau mit vier Kindern heiraten zu wollen? Und da hat er gesagt, guckt sie euch doch erstmal an. Und dann standen wir am S-Bahnhof General Papelstraße, fein gemacht. Die Brüder haben einen Diener gemacht, wir Mädchen ein Knicks. Und dann haben die gesagt, die kannst du nehmen, die sind in Ordnung. Und das war nachher eine, ja, wir waren eine prima Familie. Und Sie haben den auch als Vater akzeptiert? Ja, das war unser Vater und wir waren seine Kinder und unsere Kinder, seine Enkelkinder. Und er hat auch ganz stolz immer die als Enkelkinder vorgestellt. Ja, es war ein sehr guter Vater und ein sehr guter Mann für unsere Mutter. Das war das Wichtigste. war das Wichtigste. Da war er nicht ungefähr, aber wir waren ein wenig. Und wir hat erinnen mit ihm und seinen Kontakt zu einem anderen. Das war das Wichtigste.